Hallo, mein Name ist Kuki und heute erzähle ich euch meine Geschichte mit dem Verb. Und das Verb und ich, wir kennen uns nie. Ich komme hier Nummer 1 und das Verb kommt Nummer 2 immer. Und hier Platz 3 ist auch okay. Ich bin beim Verb auch. Und hier komme ich Nummer 3 und das Verb kommt immer Nummer 2. Bye. 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 Es steht auf Platz 1 oder Platz 3. Es steht auf Platz 1 oder Platz 3.